Sollen wir sonst erstmal ohne dich starten? Jo, ich mach nochmal einen PC, komplett einen PC neu starten und dann. Ok. Gucken wir nochmal. Vielleicht klappt es dann. Da, wie kommt es? Oh mein Gott, wer hat ja die belgische Flagge. Echt? Zugegeben, ich habe vergessen, dass du Belgierin bist. Ähm. Ich habe es nur genommen, weil es das nicht ist, was eine Deutschland-Flagge angeht. Ja, ich weiß es so. Ich wollte gerade sagen, das ist aber keine Deutschland-Flagge. Ja, ich... Ich würde dir ja meine Deutschland-Flagge leihen, aber... Geht nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Du kannst sie mir schicken sogar. Und jetzt kam gerade, dass ich die Einladung zu Golfert angenommen habe. Ich komme trotzdem nicht rein. Oh Mann. Also ich habe zumindest gesehen, dass bei dir das Spiel gestartet hat. Zumindest kam die Nachricht. Ja, ja. Ich bin ja auch im Game drin. Seltsam. Aber ich komme halt bei keiner Einladung von der halt rein. Seltsam. Ja. Und benutzen kann. Besuchen kann? Ja, klar. Ja. Also welche du empfehlen würdest besonders? Ähm. Also was ich an sich ganz nett fand, äh, war Brüssel. Ist eigentlich eine ganz nette Stadt. Genau. Da war ich halt schon. Ähm. Was man sich auf jeden Fall auch mal angucken kann, äh, wäre Löwen. Okay. Und, äh, ja gut, Ostende, wenn du das Meer magst und so ein bisschen Nordsee-Vibes bekommen möchtest. Ähm. Wenn du in die langweiligste Stadt gehen möchtest, äh, in Belgien, dann gehst du nach Brügge. Mhm. Also zumindest wird das der Stadt so nachgesagt. Es tut mir leid für jeden, der Brügge mag, äh, Brügge sehen und sterben. Danke. Ist ein bisschen wie Hannover. Nee. Das weiß ich nicht. Oh Mann. Keine Ahnung. Die Stadt fehlt auch so ein bisschen alt. Also, Hannover ist mir sehr gut im Gedächtnis geblieben wegen dem Zoo. Der ist super. Da weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Müsste ich mal wieder. Wenn ich aus Queden zurückkomme. Ja, natürlich meine Heimatstadt. Mhm. Die ist auch super. Ich höre schon gar nicht mehr, wie ein Zoo aussieht. Ich war so lange nicht... Also, da sind Tiere. Ich war so lange nicht mehr im Zoo. Ich habe keine Ahnung mehr. Also, da sind Tiere, aber nicht weil sie kriminell sind, sondern damit wir sie ansehen. Also, weil sie kriminell sind. Okay. Nein, nein. Eben nicht, weil sie kriminell sind. Weißt du nicht. Sie sind ganz lieb. Ja, ja, ja. Ja. Nein. Nein. Ich glaube nicht, dass die Pinguine schon mal was geklaut haben. Weißt du nicht. Nein. Nein, 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 nein. Oh, Entschuldigung. Ich wurde die Reitschrift. Ich finde es cool, wir haben... Wir haben... Details. Du hast den schwarzen... Klar, Pfund ist schon drin. Bitte was? Du hast einen schwarzen Zylinder. Ich habe einen... Was? Du bist super laggy. Jo. Ähm... Was? Dein Internet spackt schon wieder. Spackt schon wieder. Hm. Jetzt wieder da. Ja. Bibi. Okay. Bibi. 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 Warst du draußen aus dem Discord? Ja, hat einmal den PC neu gestartet. Nee, aus dem Discord war er, glaube ich, nicht draußen. Oder? Hab ich nicht gehört. Weil ich nicht so rausgegangen bin. Also ich habe die Verbindung nicht so getrennt. Ich habe einfach den PC ausgemacht. Oh. Also hab ne heruntergefahren. Ähm... Hört ihr mich jetzt besser? Ja. Ja. Bisher schon. Okay, cool. Oh Mann. No. Oh. Oh. Ich habe vergessen, mehr Käse mitzunehmen. Bin unterwegs. Hey, Sü. Sü. Ich bin unterwegs. Den möchte ich aber nicht aufessen. Bist du der Lieferdienst für Käse? Ich glaube, ich glaube, da hat mein Freund noch was gegeben. Ja, ich glaube, Frisches auch. Wer könnte das selbst was komisch... Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Hey. Oh my. Oh no. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Das war ärgerlich. Das war mies. Zun... Vor. Sayjata. Und sie ist durchs Vor. Nice. Ladies and gentlemen ... Das macht Kaya da eigentlich oben? Echt mal. Kaya hat ja nichts verloren auf dem ersten? Echt mal. Hey. Der ist unheimlich. Gönnt's ihn. Ey. Würde ich, aber ist es unheimlich. Usch. Wieso ist es unheimlich? Er ist besser geworden. Ja, er hat heimlich trainiert. Eigentlich nicht. Leute! Nein! Ich bin dran! Tut mir leid. Aber du bist ja, glaube ich, gar nicht runtergefallen, oder? Nein. Das erste Mal bin ich da runtergefallen. Ich habe es direkt geschafft. Aya Dera, was ich sagen wollte, war, dass beide ähnlichen Stil haben. Bestes Süßigkeit zu Weihnacht. Also du trägst einen Hut, ich trage einen Hut und wir waren ja am Plan. Marzipankartoffel. Kenn ich gar nicht. Was? Was? Du kennst keine Marzipankartoffeln? Ich kenne Marzipan, aber ich kenne keine Marzipankartoffeln. Was? Nein! Sie wird es wahrscheinlich schon kennen, sie wird es bloß nicht mehr wissen. Genau, sie kennt es unter anderem Namen. Was? Ja, ich kenne Marzipan, aber ich kenne keine Marzipankartoffeln. Was sind Marzipankartoffeln? Sie kennen es halt unter... Das sind einfach nur Marzipankartoffeln mit außen ein bisschen Kakaopulver drum. Komm schon, Mira, jetzt musst du noch rein. Hier, ihr seht meins, seht ihr das, was ich hier gerade sehe? Von der Ansicht her, guck mal, die Katze, so gucke ich gerade. Ja, das... Ach, das ist die Katze? Ja, stimmt. Ja, man sieht die Katze. Das ist ja auch ein ziemlich bekanntes Meme-Bild, oder? Also Marzipan mag ich nur an Keksen. Die Katze. Katzen sind allgemein selbe. Katzen sind toll. Ja, das sagst du aber nur, weil du zwei hast. Drei. Es sind drei Katzen. Ah, ja, stimmt, drei. Und einen Wuff. Und einen Wau-Zewau. Ja, und ein Kanikulum. Du hast einen Hasen? Ein Kanikulum? Ein Kanikulum, ja. Ein Kanikulum. Der Hase ist uns ja quasi zugelaufen, sozusagen. Den hat Frisch uns ja auf der Autobahn gefunden. Oh, der Frisch ist. Ja, ich bin drin. Nein, 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 nein. Ich bin ein Bördi. Nein, okay. Äh, Mira, hör auf, Mom. Du bist die ganze Zeit gegen Frischs gerade geballert, deswegen sagst du auch, Frischs zum Mobben. I'm sorry, Frischs. Dominosteine und Lieb. Danke, Dera. Dankeschön. Ich hätte sie fast das All-in-One. Die Himmel gewinnt da was. Ja, vielen Dank. Die habe ich einen Schlag gespart, ne? Sorry um deinen Hole-in-One-Bee. Also Dominosteine mag ich nicht, aber Lebkuchen mag ich. Und Spekulatius mag ich. Äh, sind Dominowürk, glaube ich, oder? Hm. Die Dinger werden... ... gekauft, oder? Weiß ich nicht. Mein Rosmutter hat sie früher immer geholt. Ich weiß nur, dass ich sie nicht mag. Ja, aber die sind lecker. Nein, du musst... Ich mag Dominow. Ich mag Dominow, ich mag aber keine Dominosteine zu messen. Also keiner. Was ist mit dir? Das sind doch diese Würfel, die Schokolade und dann ist da drin ein Moppern. Lebkuchenteig, irgendwelches Fruchtgelee. Gibt es auch in verschiedenen Varianten, habe ich mir mal sagen lassen. Bei uns gibt es auch, kümmerweise, irgendwie Dominosteine mit weißer Schokolade. Das ist voll yummy. Das schmeckt so egelhaft. Nein. Das schmeckt so egelhaft. Die weiße Schokolade, die schmeckt halt einfach überhaupt nicht nach weißer Schokolade. Die schmeckt einfach blanke Chemie. Also richtig Chemie, als würdest du einfach nur Chemie essen. Das schmeckt halt nicht nach Schokolade. Ja, aber weiße Schokolade ist eigentlich auch keine Schokolade. Ja, man sagt doch immer nur, wenn es einen gewissen Kakao gehackt ist, darf es sich Schokolade nennen, oder? Ja. Ja. Eigentlich schon. Rein theoretisch, aber niemand kümmert es. Also, was geil ist, ist weißes Nougat. Ich mag diese Lindor-Kugeln. Diese was Kugeln? Von Lindor. Das sind so Kugeln. Die hat Frisches immer geholt. Ja, die mit der Füllung drin, ne? Die sind lecker. Aber Schweine teuer. Ich dachte schon, du wolltest Frisches erfunden. Äh, nein. Ich meine, ich trau es ihm zu, ehrlich gesagt. Sorry. Nein, da gehörst du nichts für. Ich bin auf dir gelandet. Sehr gut. Da gehörst du nichts für. Du bist vor mir gelandet. Und ich bin genau einmal... Ich bin auf den Punkt. Genau. Ja, Mist. Das ist jetzt... Das ist der Schlag gerade. Nein! Sorry. Bin gerade vor dir gespawnt. Ähm, Tera. Wie hast du das hinbekommen mit einem Schlag? Was denn? Hast du das... Bist du schon fertig, oder? Nein. Ach so. Äh, Tera. Ich dachte schon. Ich meine, Tera ist Tera. Das hat man noch nicht geschafft. Jetzt hat er geschafft. Mit vier Schlägen. Was wollt ihr von mir? Ich habe auch vier Schläge. Nein, ich habe gedacht, du hättest das mit einem geschafft. Nein, 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 nein. Ich war noch viel auf dem Desktop. Werter. Danke. Wer auch immer mich da schon wieder angestupst hat. Schlitz. 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 Ich... What? Ich, 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 ich... Nee, ich versuchte die Cheats. Danke. Danke. Danke für ihre... Habe ich dich geschafft? Nein. Nein. Genau, richtig. Das war nicht... Mein... Mein Flug. Mein Besprung hat es mich abgefangen. Perfekt. Danke. Digi. Ich habe das schon. Ja, ja, gut. Klar. Sicher. Habe ich gern gemacht. Das hört man. Auch wenn ich dann rausgeflogen bin. Du hast dich geoppt um deinen Freund zu... Ein wahrlich edles Ziel. Siehst du mal. Hm. Mira, wir ziehen den Hut vor dir. So. Sehr gerne. Sagt dir der Käse. Schuss the right hole. Das ist nichts Gutes. Sieh den Hut vor den Käse. Ach, der grüne Neuner. Hi, frisches. Hast du wieder... Nein, 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 nein. Okay, das war das falsche Loch. Äh. So, toss your coin to the case, oder was? Genau. Nein, Mira. Ich will ja kuscheln, aber... So dann doch wieder nicht. Das Ziel ist unsicher. Mhm. Okay, cool. Überhaupt nicht. Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, weil man... Naja, egal. Ah, ich gucke frisches zu. Diese Kekse. Ich will die Kekse haben. Ja, ich will diese Kekse haben. Ich bin richtig neidisch. Ist das nicht sogar Halloween-Kekse? Ich weiß es nicht. Kann sein. Ich glaube, das ist... Das ist ganz schön aufreizend. Ja. Die tollste Nascherei gibt's immer bei Dera. What? Den Glühweinbonbons. Ja, ist ja auch seit Freitag wieder Weihnachtsmarkt bei uns. Und auch da weiß ich nicht, was das ist. Ach, meine Bonbons mit Glühwein. Aber ohne Schuss. Oh, schade. Der Glühwein... Sind sie mit Glühwein gefüllt? Nee, nee, auch mit Glühwein-Geschmack. Ach, aber nur... Ich verstehe schon. Sind selbstgemachte Bonbons. Sie sind jedes Jahr bei uns zu Libori und zu... Zum Weihnachtsmarkt da. Findet bei euch Weihnachtsmarkt statt? Nein. Findet bei euch Weihnachtsmarkt statt? Nein. Echt? Bei uns wird's abgesagt. Bei uns haben sie so rumgesucht komplett. Ich weiß gar nicht, ob's bei uns abgesagt wird. Ich glaube ja. Oder zumindest haben wir überlegt. Bei uns selber ist es unrelevant, aber ich glaube, in Detmold auch nicht. Ich meine, das auch. Und die Kater. Also ich glaube, bei uns kommt's drauf an, wie in... Inzidenz ist. Dann. Also in Frankfurt findet es auf jeden Fall statt. Oh Gott! Vera? Das war knapp. Du brauchst Paderborn, ne? Ja. Ah, okay. Sehr gut. Bei uns bauen die gerade auf. Echt, Mappa? Jetzt drücken sie die... Wenn jetzt die Weihnachtsbücher da sind... Oh, scheiß ich nicht. Kann ich dann jetzt anfangen Last Christmas? Nein! Nein! Ja, nein! Nein! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja. Ich bin echt verrückt. Ich geb dann später nochmal zwei Rupflücher aus. Du machst die Robot-Version, das geht noch. Du machst die Robot-Version. Die Robot-Version. Ja, 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 ja. Remix. Genau, Remix. Nee, warte. Gibt denn mal ne Version? Mach die Metal-Version. Ja, das wär dann eher was für Deras. Oder? Für mich und Fritzes. Für mich und Fritzes auch. Wir lieben Metal. Die Frage ist, welche Metal-Version willst du? Die Black-Metal oder die Death-Metal oder die... Was ist der Unterschied? Alle. Black, Death. Aber ich dachte, du magst kein Weihnachten. Mach ich auch nicht. Aber ich mach mir trotzdem Spaß draus, sonst ertrag ich das nicht. Was ist der Unterschied zwischen Black und Death? Metal? Black-Metal ist eigentlich von einem Instrumenten deutlich düsterer. In Death-Metal deutlich schneller, mein ich. Ich glaube auch, ja. Nein, ah, Hilfe. Ich hab was am Ziel vorbeigeschlossen. Ja. Ich hab Angst, Mira zu treffen. Ich hab das von ausgesehen, was wir gerade spielen. Das so schön im... schwebt. Ach, Diggi. Nein, 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 nein. Das war eine Flugbahn. Ich bitte kein Uwe. Juhu. Was für ein dicker Uwe. Ein paar. Kein Uwe. Okay. So am 25.11. öffnen. Joa. Die Anschlussung hab ich nicht verstanden. Macht nichts. Gut, ist auch witzig, dass das Halloween-Event aus Final Fantasy XIV jetzt auf Februar oder so verschoben wird. Ach, echt jetzt? Ja. Weil wir das nicht genügend planen konnten, jetzt wegen Endwalker. Hm. Naja gut, die haben ja das Event jetzt gerade verlängert, ne? Mit den Mogris. Das müssen wir im Übrigen auch mal machen. Ja, ich weiß. Aber du willst lieber ballern. Ja. was ballast racke zombies ja stimmt die spät hab ich gesehen also jetzt noch mal platz für den britten habt welcher fienden auch dabei vielleicht irgendwann mal ist auch schon mal zocken aber ich hab ihnen wieso habe ich das jetzt als eins bekommen ich habe doch insgesamt drei schüsse gehabt ich habe auch ich hab's ich hab's bekommen ich glaube es kann drauf an von welchem loch du kamst könnte ich mir vorstellen dass ein loch normal ist nicht nur muss ich hierhin bin ich hier richtig ja ich bin hier richtig das war ja gut dass ich dich angestuft habe du wirst ja wenigstens drauf wärst du nicht gesprungen hättest es geschafft das klang falsch nein gar nicht mappa das klang doch nicht falsch nie war es falsch nee niemals nie löcher auf der schrägen sind meistens die nervigsten weil eigentlich sind sie einfach aber man ich habe immer probleme richtige moment um rauf zu bekommen entweder zu schnell oder zu langsam dann habe ich den falschen will das kann man gerade echt auf vieles interpretieren ach ich wusste dass da ich hätte wissen müssen dass das kommt alles wird von euch wie wie so ausgedeckt als ob es mit sex zu tun hätte ja wir denken halt einfach zweideutig wer doppeldeutig denkt hat eindeutig mehr spaß ich weiß ich meine ein wort oder den satz mehr als zwei bedeutet haben aber ich frage mich gerade man mehr ja das ähm streich glatt streich glatt nein Ich bin zweiter! Ich bin zweiter! Ich bin zweiter! Ich bin nicht Letzte! Ich bin nicht Letzte! Oder? Nein! Nee! Alter! Ich hab's sogar unter Paar geschafft! Gut gemacht, Mira! Glückwunsch! Eine Runde mach ich noch, war klar! Let's go! Yay! Frisches und Aydaria sind auf den ersten Platz! Eine Anti-Christin-Christmas-Story! Na, da bin ich mal gespannt! Ja! Nach Bielefeld müssten wir auch mal! Bielefeld gibt's nicht! Wollte ich grad sagen! Was willst du denn da? Da gibt's doch dieses eine Geschäft, wo er immer mit mir hin wollte! Das Loom? Ja! Die Underground Factory! Yay! Burned Box Mysteries! Okay! Dass das die Map heißt! Anti-Christmas-Story, oder? Habe ich das richtig? Anti-Christmas-Story, ja! Oh, jetzt verstehe ich! Das willst du eine Anti-Christmas-Story erzählen? Was? Oder jemand im Chat wird... Oh! Da ist was in die Luft gegangen! Nur um dich zu ärgern! Du, Sau, du! Wir müssen gleich mal gucken! Wir müssen gleich mal gucken, der Käse, der hat sein eigenes Schneegestöber. Richtig? Es war ein bisschen unkonventionell, kein richtiger Schnee, aber es ist lustig. Oh Mann. Mehr Xmas. Es fliegt ein bisschen aus. Ach, was du ein bisschen meinst, meinst du? Boom. Wenigstens ist die Musik gut. Und zum Schluss kommt Last Christmas. Dann kann sie euch auch helfen. Nein. Mira, das ist so, als wenn man Parmesanerast bildet, so sieht das aus, wie so Schneehalt. Das ist richtig gut. War nicht so gemeint. Da habe ich dir gerade geholfen. Du hast mir richtig geholfen. War so gemeint. Dieses Frisches, ne? Dieses Frisches. Irgendwie er da einfach mal wieder stand, ne? Warum ist das... Nein, nein, nein! Was denn? Nein, ja! Du hast auf mich? Tag! Boah, Mann! Ha, 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 ha! Staying alive! Staying alive! Nee, warte, was... Nee, warte, was... Du musst... Was denn den Haar auf dich hat? Mir rast mal komplett ein Lachflash. Oh, das kam unerwartet. Am Glück hatte ich immer nie so ein Lachflash wie eine Freundin von uns, ey, Alter. Achso, du wirst dann gesalzen. Jetzt sehe ich das zum ersten Mal. Ja! Nein, das ist geraspelter Parmesan. Die Muck, die Muck ist wahnsinnig. Ah, ja. Oh, ich glaube, K. Okay. Der, 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 der Käse wird gesalzen. Ich bin gesalzener Käse. Welchen soll es sein? Digi? Nein! Echt, Mann? Ist das richtig? Ja. Ich bin kein Affineur, ich bin Koch. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich weiß, aber du kennst dich doch mit Käse aus. Also ich klinge geräucherten Käse. Das ist Gamorza. Der wird geräuchert. Das macht Käse direkt. Ja gut, Feta in Salzlake. Aber sonst? Das ist jetzt generell so. Wir haben drei Leute elf haben. Fuck. Warte, kurz geh ich dazu. Was ist das? Hole in one. Eww. Ja, wir spielen gerade Golfit und ich freue mich, dass ich es in einem Schuss gehört habe. Ja. Da hat dich ein Freund gefragt, warum du so bist. Ja, der hat gefragt, ob alles in Ordnung ist. Oh, ey. Gut, das Fotos weiß, dass das bei mir nicht mehr alles in Ordnung ist. Wie macht man nochmal komplett zurücksetzen? Äh, mit R. Jo. Und mit F setzt man sich nur zurück an den letzten Punkt, von dem man geschlagen hat, oder? Jo. Jo, okay. Okay, danke schön. Er ist ganz zurück, F nur. Ja, komm schon. Ein bisschen, auch ein bisschen runter, runter. Ja. Nein. Hole in two. Ein wenig übers Ziel hinaus. Mit Gefühls. Ja, das, ich habe gerade gesehen, da ist so eine Schleife. Mit Gefühl, als würdest du deine Schwester küssen. Okay. Genau, ja. What? Elfer dritten, was? Elfer dritten, fünf Verschüsses, ist das in Ordnung? Genau. Was hast du da gerade gesagt? Als wenn du deine Schwester küssen würdest. Ich habe keine Schwester. Dann, als wenn du deinen Bruder küssen würdest. Ich habe auch keinen Bruder. Dann, als wenn du deine Katze küssen würdest. Ich habe keine Katze. Dann, als wenn du deinen Käse küssen würdest. Ich habe Fische. Okay, dann, als wenn du deine Fische küssen würdest. Sachte, als ob du deinen Freund küssen würdest. Ja, das, nee, das bist du normal. Nur, wenn ich meine Schwester küssen müsste. Auf die Wange, Nora. Stiefel, ist doch okay? Jo, ja, das zählt. What are you doing, Stepbro? Oh mein Gott. Ganz falsch. Ganz, ganz falsch. Dreh gleich. Nein! Dein Ernst! Mira. Und geschafft. Wollt ihr da erstmal käbeln? Macht ihr mal? Ich habe gerade Kevin verstanden. Hey! Ich habe jetzt mal käbeln. Kevin? Kevin? Ja, Kevin nimmst du erstmal. Mira? Nein, nein. Ja! Ich kenne dich, weil du gesternst bin, Alter. So, als wenn man die Klobrille küsst. So, Shannon schmilzt, sie ist doch hip. Der Käse raus. Frau Fucker. Ich helfe dir doch nur. Sehr gut. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ja, das hat ja gut funktioniert. Oh, der gesalzene Käse ist im Loch. Meine Damen und Herren, der gesalzene Käse ist im Loch. Der Käse hat eingelaufen. Go hard. Go hard. That is my secret. I always go hard. Aber die liegt auch noch auf, weil, verstehst du? Oh! So knapp. Oh, ja, 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 yes! Jawohl, Lord. Ich glaube, ich kann nicht leben. Hole in one, hole in one, hole in one, hole in one. Hole in one. Hole in one. Gugay. Okay. Oh, da wurde ich jetzt hier gerandet. Hole in one. Du bist durchs Portal gegangen, oder? Ja. Ich wurde durchs Portal gestoßen, quasi. Ja, manchmal kann gestoßen werden. Ja, manchmal stoßen gut. Oh, loll, davor. So. Nein. Ihr müsst schon auf den Aufzug warten. Nee, nee, wollte ich aber nicht. Nein. Aldari. Ja. Geduld ist Tugend. Nö. Nicht für mich. Woher wusste ich das? Hole in one. Ja. Der, wer das kann. Lol. No, 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 no. Glandet. Diese Mütze, da ist voll süß, die frischeste Aufwand. Die mit den Fledermausohren? Ja. Ich glaube, das sind Fledermausohren. Ja. Ja. Ja, okay. Ich auch. Frischeste. Ja. Mhm. Da schweben Geschenke in der Luft. Ist das normal? Nopsy, dear. Naja, das ist... ... eigentlich und deswegen schön die... ... Leviosum oder Levitatus oder wie auch immer der Spruch heißt. Leviosa. Leviosum. Leviosum. Ist genug dran. Juhu. Ah, genug dran. Pa. What? Mein Name ist Maus. Fledermaus. Mein Name... Ah, nein. Ah. Ah. Oh. Tschölle. Yes. Fledermaus. Dö. Döde. Nee, falsche Musik. Boah. Ey, Frischers, wo willst du denn hin? Er will ins Loch. Ey. Fliegt doch. Bro. Zum Minimal knapp daneben. Ja. Aber nur minimal. Die Pinguine. Oh, diese Öhrchen. Angren. Naja, das ist kein Pinguine, aber... Siehst du den Pinguin nicht? Okay. Das ist ein Pinguin. Ja, auf dem Eis war gerade welche. Ach so, ich habe dich ja von den Ohren gesprochen. Ach so. Nein. 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 Oh, den Worten. Wo? So knapp. Juhu. Paar. Währen sie noch ein Paar. So bin ich eigentlich. Ich bin auf den dritten. Wie, 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 wie. Kann sich aber noch ändern. Und wir haben schießen nur fünf Löcher vor uns. Nein. Oh. Leute, das ist doch nicht die schwerste Aufgabe. Uh. Es war gut. Oh, 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 oh. Ernsthaft, das hat nicht gezählt. Mir gerade teleportiert. Oder zurückgesetzt gerade. Ja, ja. Ja, aber gemein. Mach's. Aber jetzt hast du es geschafft. Uh. Ja. Der Käse ist im Tor. Er ist durchs Tor. Okay, das sieht zu der Leidenschaft einfach aus. Na, komm schon. Und der Daria hat mal wieder den Frischers gemacht. Ich habe Frischers nur nachgemacht. Er hat das als erstes gemacht. Ja, sage ich doch. Als erstes gemacht. Das meine ich doch damit. Ja, ich habe nur gesehen. Ich habe nur gesehen. Oh, Frischers geht nach da oben. Ich probiere das einfach mal. Na. Oh mein Gott, ich sehe es gerade auch. Oh. Oh mein Gott. Die Rampe gut. Dafür war die Rampe so gut am Anfang. Oh mein Gott. Ich bin nicht geboostet. Ich bin nicht geboostet. Ich bin nicht geboostet. Was? Booty? Was? 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 Oh, Booty. Ich rede natürlich von im Sinne von Schatz, nicht von wie Frischers oben schön höre. Wenn irgendwas nicht klappt. Ja, immerhin sucht er nicht rum. Ja, danke. Danke, Dagi. Ja, bitte, gerne. Das habe ich gemacht. Ganz mir weg. Gerne, immer wieder, du. Ah, Frischers. Duschen kannst. Können, dass du im Weg stehst. Nee, warte. Ich, sag mal, immer noch. Erdsaft. Sorry. Nee, komm, irgendwann ist der Drops mal gelutscht. Nee, warte, bei mir oder Brügel. Da wurden wir bei Drops und ich hole mir jetzt mal meine Glühweinbonbons. Machen Sie das? Ich habe richtig Glühwein. Der Drops ist gelutscht. Hm, Drops. Hm, Glühwein. Ich bin nicht so der Glühwein-Twein-Twein-Twein. Nee, ja, ich habe keinen mehr. Es kommt immer darauf an, welcher. Oh, dafür Glühwein. Oder auch so, wie das so geil ist, oder? Hä? Chris-Kindel. Chris-Kindel, ja. Chris-Kindel, oder wie? Ja. Den habe ich gerade. Mit Schuss oder ohne? Noch ohne Schuss. Noch ohne, okay. Noch ohne. Ich dachte, Glühwein. Das ist sowieso alkoholisch. Ja, aber du kannst ja noch mal noch mehr Alkohol reinpacken. Okay, gut. Okay. Zum Beispiel Rum. Nice. Oder Amaretto. Aber warum? Aber warum? Weil es schmeckt. Weil es schmeckt. Es schmeckt einfach. Das war ein Witz. Ja, meins auch. Verstehst du? Ich habe dich nur nachgemacht. Nein. Das war kein Will. Nee. Das nicht. Fröschen ist aber auch. Das habe ich auch gerade direkt vorbeigefutschen sehen. Okay. Noch. Wo ist gerade der Sohn Spieris geflogen? Ach, Mike. Weg. Weit weg von meinem schlechten Wissen. Ja, da muss man auch wegrennen. Noch zwei... Noch zwei Löcher. Neun. Wir müssen die Renn... Die Rentiere. Die Rentiere jetzt... Kaputzka machen, oder was? Joop. Hättet ihr in the right order? So schon. Mhm. Und da steht auch schön... No Peter, it doesn't hurt. Peter? 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 Ich wüsste das. Irgendwer... Das glaub ich... Niemand anders gemacht hätte, also... Okay. No Family Guy shaping. G- Buddy! Na. Boing! 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 Dün Salabin! Boing! Dün Salabin! Dün Senabin! Boogie 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 äh Bo wie hütt ich aus Teoco Let's bomb the end boss Okay Da sind wir Terroristen Auch äh Juhu der erste Energy heute Was? Ja ich trinke jetzt gerade den Ersten von zwei Energy Drinks Du hast nur zwei Energy Drinks Oder du willst nur zwei Energy Drinks trinken Ich will nur zwei Energy Drinks trinken Genau Trinken Trinken So Aber du hast mehr Energy Also ich habe noch zwei Flaschen mit ohne Geschmack Die schmecken halt einfach Ja die schmecken halt einfach nur nach Standard Energy Und ich habe halt einen mit Sour Apple Und dann mit äh Blueberry Raspberry oder wie das heißt Blue Raspberry Wie das Ding heißt Geil ich habe sogar noch Dingi gewohlt Echt? Raspberry? Ja Stachelbeere oder? Raspberry oder? Raspberry ist Timbeere Oh okay Wie brauchst du bei Englisch nicht fragen? Ich bin echt froh Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss